Untertitelung des ZDF, 2020 Sehen Sie jetzt dieses Bild? Optimal. Der Präger aufrecht, hat keinen durchhängenden Bauch, hat ein spitzes Hinterteil, das sieht man jetzt schon von hinten, weil ein richtig alter Hirsch, der ist hinten rundherum, hat richtig viel Masse. Die Prunftmähne hat natürlich nicht so eine große Prunftmähne, weil es ja noch ein junger Hirsch ist, hat eigentlich das Dammhirsch. Das kommt dann auch so hin, wenn wir weitergehen. Bloß vier Wochen verfetzt, also der Zitrus ist vier Wochen verfetzt, vier Wochen später. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020